Die beste Möglichkeit, um am Computer schneller und effizienter zu arbeiten, ist die Nutzung von Tastenkombinationen. Man muss sie nur immer wieder wiederholen und regelmäßig benutzen und dann sind sie ein echter Game Changer. Ich zeige dir in diesem Video die für mich wichtigsten und besten Tastenkombination unter Microsoft Windows. Beginnen wir mit der ersten Tastenkombination, die Windows-Taste plus D. Wir haben hier jetzt ein oder mehrere Fenster geöffnet und wollen so schnell wie möglich auf den Desktop gelangen. Natürlich können wir das hier unten rechts machen, ganz in der Ecke. Wenn wir da klicken, gelangen wir auf den Desktop, klicken wir nochmal rauf, sind die Fenster alle wieder maximiert. Das geht aber auch mit einer Tastenkombination, nämlich mit Windows und D. Und sollten wir da nochmal raufklicken, öffnen sich die Fenster auch wieder. Also alle Fenster werden minimiert und wieder geöffnet. Das könnte zum Beispiel dann nützlich sein, wenn wir gerade eine E-Mail schreiben und sich jemand hinter uns befindet, der die E-Mail nicht lesen soll. Oder jemand kommt in den Raum, der die Internetseite nicht sehen soll, die gerade offen ist. Einfach Windows und D und schon ist alles minimiert. Tastenkombination Windows und E. Mit dieser Kombination können wir einen Explorer jederzeit blitzschnell öffnen. Tastenkombination Alt F4. Damit können wir das Fenster auch wieder schließen. So gut wie jedes Fenster lässt sich damit schließen. Und am Ende kann man sogar so den Computer noch runterfahren. Wir öffnen also den Explorer, gehen mal hier unter Bilder, Beispiele. Und hier habe ich ein paar Ordner angelegt, die wir jetzt markieren können. So und die ganzen Ordner möchte ich einmal kopieren. Das mache ich mit der Tastenkombination Steuerung und C. Einmal betätigt, schon ist es im Zwischenspeicher abgelegt. Und mit der nächsten Kombination, und zwar Steuerung und V, lassen sich die Dateien einfach einfügen. Und einfügen und einfügen und einfügen. Das ist somit die gängigste und auch wichtigste Tastenkombination, die man sich merken kann. Tastenkombination Steuerung und A. Somit lassen sich alle Dateien in dem Ordner gleichzeitig markieren. Mit der Tastenkombination Steuerung und Mausklick kann ich einzelne Dateien auswählen oder auch wieder abwählen. Mit Steuerung und X lassen sich die Dateien ausschneiden. Die ich dann in einen beliebigen Ordner mit Steuerung und V wieder einfügen kann. Diese Tastenkombinationen sind natürlich in Text- oder Programmierprogrammen wirklich hilfreich. Ich markiere mir meinen Text, mit Steuerung und C kopiere ich ihn und mit Steuerung und V kann ich das Ganze wieder einfügen. Oder ich schneide mir den Teil raus mit Steuerung und X und kann ihn an anderer beliebiger Stelle wieder einfügen. Auch eine sehr nützliche Tastenkombination ist Steuerung und Z. In den meisten Programmen kann man das eben durchgeführte wieder rückgängig machen. Das ist zwar teilweise begrenzt, aber ermöglicht uns, unseren Fehler schnell wieder rückgängig zu machen. Mit gedrückter Steuerungstaste und Mausklick lassen sich in einigen Programmen sogar die Texte teilweise rauskopieren. Steuerungstaste gedrückt und weiter in den Text markiert. Mit der Tastenkombination Steuerung und Pfeiltaste lassen sich ganze Wörter überspringen. Ich halte die Steuerungstaste gedrückt und mit jeder Pfeiltaste springe ich zum nächsten Wort oder auch wieder zurück. Und mit der Pfeiltaste nach unten oder oben kann ich ganze Absätze hochspringen. Mit gedrückter Steuerung, Shift und zusätzlich betätigter Pfeiltaste kann ich ganze Wörter markieren und auswählen. Mit gedrückter Shift-Taste und anschließender Pfeiltaste kann ich Buchstaben für Buchstaben in meiner Textdatei auswählen. Das Ganze geht auch nach unten oder nach oben. Halte ich die Shift-Taste gedrückt und klicke mit der Maus weiter, markiere ich alles, was zwischen meinem ersten Punkt und meinem letzten Ausgewählten sich befindet. Tastenkombination Alt- und Tabulatortaste. Hiermit kann ich zwischen meinen Ordnern und Programmen hin und her springen. Ich halte die Alt-Taste gedrückt und mit jedem Klick auf der Tabulatortaste komme ich zum nächsten Ordner oder zu der nächsten Datei und sobald ich loslasse, wird dieses auch geöffnet. Wie gerade eben auch in der Textdatei lassen sich in den Ordnern diese Tastenkombination auch nutzen. Mit gedrückter Shift-Taste und den Pfeiltasten kann ich die Dateien einzeln auswählen oder auch wieder abwählen. Mit gedrückter Shift-Taste und einem Mausklick kann ich alles zwischen der ersten und der zweiten ausgewählten Datei markieren. Tastenkombination Steuerung und L. Mit dieser Kombination gelange ich oben in den Ordnerpfad und könnte mir diesen dann mit Steuerung und C zwischenspeichern, falls ich irgendwo anders hin muss und dann wieder schnell zurückgelangen möchte. Tastenkombination Windows, Shift und S. Das ist eine klasse Möglichkeit, um schnelle Screenshots zu erstellen. Ich habe hier verschiedene Möglichkeiten. Einmal kann ich mir ein Fenster auswählen und dann wird auch genau dieses nur kopiert. Beispielsweise hier. Mit einem Klick ist es kopiert. Wenn ich jetzt in beispielsweise Paint gehe und das Ganze einfüge, habe ich auch nur diesen Ausschnitt, der zuvor sichtbar war. Ich kann mir auch einen kompletten Vollbit-Screenshot machen oder ich suche mir nur einen kleinen Teil raus, weil man nicht alles lesen soll. Und diesen Teil kann ich dann auch kopieren. Entweder in Paint oder zum Beispiel auch gleich direkt in mein E-Mail-Schreibprogramm. Einfache viereckige Ausschnitte lassen sich damit natürlich auch erstellen. Und schon ist es im Zwischenspeicher abgelegt. Tastenkombination Windows und Tabulator-Taste. Wird diese betätigt, habe ich eine Übersicht von allen meinen offenen Fenstern. Ich kann also hier mit meiner Maustaste auch die einzelnen Fenster öffnen, so wie ich das mit Alt und Tabulator kann. Allerdings habe ich hier eine schönere Übersicht. Was noch möglich ist, ich kann mir einen kompletten neuen Desktop erstellen. Hier habe ich schon einen erstellt, da können wir hinspringen. Da habe ich also quasi die gleiche Oberfläche, nur die ganzen Programme sind nicht sichtbar. Und ich kann mir beliebig viele Desktops noch hinzufügen. Ich kann mir also einen Desktop aufmachen, indem ich programmiere. Ein Desktop, wo ich meine Internetseiten besuche. Eine Oberfläche, auf der ich arbeite. Eine Desktop-Oberfläche, die ich privat nutze. Alles so ist möglich und ich habe hier immer wieder eine schöne, aufgeräumte Oberfläche. Um zwischen den Oberflächen hin und her zu switchen, gibt es natürlich auch eine Tastenkombination. Steuerung, Windows und Pfeiltaste. Wenn ich Steuerung und Windows gedrückt halte, kann ich mit den Pfeiltasten nach links und rechts wischen. Auf einem Laptop funktioniert das noch einfacher. Da nehme ich einfach alle vier Finger und wische auf dem Pad. Nach links oder nach rechts. In einigen Programmen ist die gedrückte Alt-Taste auch sehr nützlich. Beispielsweise in PowerPoint oder Photoshop gibt es Momente, wenn man etwas verschieben möchte, dann schiebt es sich zwischendurch an bestimmte Raster an und man kommt gar nicht dazwischen. Beispielsweise möchte ich nur leicht über dem H diese Markierung haben, aber ich komme einfach nicht dahin. Entweder springe ich ein Stück hoch oder ein Stück runter. Mit gedrückter Alt-Taste umgehe ich das Ganze. Da kann ich Pixel für Pixel mein Objekt verschieben. Das funktioniert bei PowerPoint, Photoshop und noch vielen anderen Programmen so. Wenn wir unseren Arbeitsplatz dann verlassen, sollten wir uns unbedingt eine Tastenkombination wirklich merken. Und zwar Windows und L. Damit aktivieren wir den Sperrbildschirm und keiner unserer Kollegen oder Kunden oder wer auch immer kommt ungefragt an unsere Oberfläche ran. Sicherlich sind die Tastenkombinationen sehr bekannt, aber vielleicht kanntest du die eine oder andere ja noch nicht. Und solltest du eine vermisst haben, schreib sie doch gerne unten in die Kommentare für die anderen Zuschauer. Sollte dir das Video gefallen haben, gib dem gerne einen Daumen nach oben. Und wenn du es noch nicht getan hast, abonniere auch gern meinen Kanal. Vielleicht sehen wir uns in einem dieser anderen Videos. Ansonsten bis dahin, mach's gut.